Wir sind auf einer Hochzeitsentführung mit dem Tristan, Müttenführer von Böhm und Mähren alias Haris von Athen, alias Theopharis Geckers, alias der Kellner vom Arthos, mit dem Taxifahrer Rudi. Ja, Rudi ist der Busfahrer. Ich bin der Chef hier. Das ist der Chef hier. Der holt uns im Notfall auch wieder ab, wenn der Mann kommt. Ey, oder wir gehen bei der Ansaugung im Biersauf. Ich steig auch Holländer aus, Mann. Oder ich nehme sie in Gebase an. Ey, wenn du im Arthos ein Flachmann. Du durfst beim Arthos nicht vorbei, sonst maulst du in der Anpassung. Warum davon haltet? Ich hab heute mal Urlaub. Ich hab heute mal Urlaub. Filmt das oder wie? Das ist die entführte Paut, die sich trotzdem traut. Ja, mittlerweile Frau Briesen. Ja, mittlerweile Frau Briesen, genau. So sieht's aus. Was denkt denn der Seeleutschätze, wenn wir kommen? Ich bin ja auch da. Ansonsten ist der Mutter ja hinten. Grüß dich. Jawoll, musstest du ihn wieder übernehmen? Ja, na logisch. Jawoll, du hast den besten mit dem Umblick. So, jetzt werden wir unser Zierlei geschafft haben. Es ist der Nachtschmied. Haben sie dir an der Zentrale gesagt, dass wir eine Braut entführen? Nein. Aber der Selj ist da. Herrlich, der Roller steht da auf dem Müller. Der Roller. Der Roller. So. Gib dir mal deine Kamera. Wer hat alles? Wer hat alles? Wer hat alles? Yögste. Wer hat alles? Wer hat alles? Konf mira!